Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ihr wisst ja, dass wir die Johannes-Offenbarung in den Bibelstunden durcharbeiten. Und wir sind am Mittwoch bei der siebten Posaune und dem Zusammenhang möchte ich jetzt schon vorweg nehmend über die siebte Posaune und über die Wiederkunft und über die Entrückung sprechen. Es ist vielleicht nicht Milch, wenn wir uns damit beschäftigen und darum gibt es ja auch unterschiedliche Positionen. Ich versuche das Thema so einfach wie möglich zu behandeln, aber auch so klar biblisch wie möglich. Ich habe verschiedene Bibelverse zitiert, ich werde sie nicht alle vorlesen. Es geht mir einfach darum, dass man weiß, wo das steht und in der Präsentation kann man das dann vielleicht in Ruhe noch nachlesen und sich selbst überzeugen. Gerade wenn es um die Entrückung der Gemeinde geht, der christlichen Gemeinde oder wir können auch sagen der Gläubigen, dann wird sehr gerne dogmatisch argumentiert für bestimmte Positionen. Es ist mir als Exeget, das heißt als Bibelausleger wichtig, dass wir sorgfältig mit der Bibel umgehen und uns immer wieder auch von der Bibel her korrigieren lassen, wo das nötig ist und auch eine Offenheit zeigen für andere, die vielleicht eine andere Position vertreten, eine andere Erkenntnis haben. Und sagen, okay, ob jetzt die Gemeinde vor der großen Trübsal entrückt wird oder nachher, wichtig ist, dass wir dabei sind. Ich möchte das klargestellt haben, schon am Anfang. Wichtig ist, dass wir dabei sind und ich möchte auch noch darauf eingehen, was wichtig ist, damit wir dabei sind. Hier zwei Buchhinweise. Meine biblische Glaubenslehre geht recht ausführlich auf das ganze Thema ein. Ich habe einzelne Exemplare hinten nochmals mitgebracht. Für 15 Franken oder Euro kann man das Buch mitnehmen mit 364 Seiten. Dann das Buch über die Johannes-Offenbarung ist jetzt gerade vergriffen. Es gibt demnächst die dritte Auflage. Dafür habe ich ein paar Exemplare meines Buches zum Matthäus-Evangelium. Aber demnächst sollte es das Buch über die Offenbarung auch wieder geben. Wie gesagt, in der dritten Auflage. Ich gehe jetzt nicht hier auf das Thema der Antichristus ein. Ich habe eine längere Bibelarbeit auf meinem YouTube-Kanal. Man kann das dort in Ruhe nachlesen. In ein paar Wochen wird das auch ein ausführlicheres Thema in der Bibelstunde sein. Also über das Tier, das mit dem Antichristus identifiziert wird. Man findet hier den Link zu meiner Bibelarbeit auf meinem YouTube-Kanal. Wir wollen uns heute kurz mit verschiedenen Ansichten über die Entrückung beschäftigen und dann schauen, was die Bibel dazu sagt und daraus Schluss folgern. Es gibt nur eine einzige Stelle im Neuen Testament, die die Entrückung der Gläubigen erwähnt. Die Stelle finden wir im 1. Thessalonicher 4. Einer der ersten Briefe des Apostels Paulus, geschrieben möglicherweise im Herbst 50 nach Christus. Auf seiner zweiten Missionsreise, Paulus war vorher an Reissabaten in Thessaloniki und hat dort in der Synagoge das Evangelium verkündigt. Und nun sind einige zum Glauben gekommen, Paulus musste fliehen. Nun ist offensichtlich mindestens eine Person verstorben in der Gemeinde und die Gläubigen dort fragen sich nun, was ist mit dieser Person? Hat sie jetzt uns gegenüber Nachteile oder was ist, wenn Jesus wiederkommt? Und auf diese Frage geht Paulus ein. Man muss beachten, es geht hier nicht so sehr um die Frage, ja wann geht es genau die Entrückung und so weiter, sondern dass sie bei der Wiederkunft Jesu keinen Nachteil haben, die vorher verstorben sind. Das wird betont. Wir sind nicht wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir griechische Grabentschriften betrachten oder Texte aus der Zeit, dann merken wir, dass die Leute, die Jesus nicht kannten, keine Gewissheit über das Leben nach dem Tod hatten. Und diese Gewissheit gibt es nur durch einen, nämlich der Tod war und der auferstanden ist. Jesus, Christus, der Sohn Gottes. Paulus sagt, sie haben keinen Nachteil, wenn der Herr kommt mit der Posaune Gottes, wenn er vom Himmel herabkommt, also die Entrückung wird geschehen, wenn der Herr vom Himmel herabkommt bei der Posaune und dann werden zuerst die Toten, die verstorben sind, gemeint sind die Gläubigen, auferstehen und danach werden auch wir entrückt werden, die wir dann noch leben. Paulus will damit sicher nicht sagen, ich werde ganz sicher dann auch noch leben. Das ist hier auch nicht das Thema. Denn wir sehen, dass Paulus anderswo damit rechnet, dass er dann schon gestorben ist. Beides. Paulus lässt es also gewissermaßen offen, wann der Herr wiederkommt. Das ist nicht das Thema. Aber die Gläubigen, die dann noch leben, mit den Verstorbenen verwandelt werden und entrückt werden und danach werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Es geht hier, also wenn schon um den Zeitpunkt der Entrückung wird gesagt, dass das bei der Ankunft passieren wird. Fachbegriff ist hier griechisch Parousia. Was wir mit Ankunft übersetzen, was sich allgemein im Neuen Testament in diesem Zusammenhang auf die Wiederkunft Jesu bezieht. Es gibt drei verschiedene Ansichten von denen, muss ich sagen, die davon ausgehen, dass die tausendjährige Friedensherrschaft nach der Wiederkunft Jesu sein wird, hier auf Erden. Das nennt man den Prämilinearismus. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass Jesus zuerst wiederkommt und dann tausend Jahre Frieden sein werden auf Erden. Gehen wir mal davon aus, dass wir uns darüber einig sind. Dann gibt es aber verschiedene Ansichten, wann die Entrückung stattfindet. Ich habe hier Fachbegriffe verwendet, die ich kurz erkläre. Tribulationismus von Tribulation heißt Bedrängnis oder Trübsal. Eigentlich wörtlich etwa Bedrängnis, wie das griechische Wort für Bedrängnis. Man spricht hier von der großen Trübsal. Es geht um die antichristliche Zeit, die als große Trübsal bezeichnet wird. Und die Frage ist, werden die Christen, die dann leben, das heißt zu der Zeit, werden sie noch auf Erden leben, wenn der Antichrist wütet, oder werden sie im Himmel sein? Und da gibt es drei Ansichten. Die einen sagen, das ist eine späte Entwicklung. Zuerst wird die Gemeinde entdrückt und dann kommt der Antichrist. Und nachher die sichtbare Wiederkunft Jesu. Die anderen sagen, also das wäre der Prätribulationismus, der Mittribulationismus sagt, in der Mitte der antichristlichen Zeit wird die Gemeinde entdrückt. Und andere sagen, Entrückung und sichtbare Wiederkunft Jesu, am Ende der antichristlichen Zeit fallen sie zusammen. Das ist soweit klar. Antichristliche Zeit, Entrückung vorher, in der Mitte oder am Schluss. Zu verstehen nicht so schwer. Position zu ergreifen vielleicht ein bisschen schwieriger. Verschiedene Ansichten. Der Prätribulationismus, wie gesagt, er geht davon aus, dass die Entrückung vor der großen Trübsal ist. Als große Trübsal bezeichnet man die Zeit des Antichristus, wobei man beachten sollte, dass der Antichristus hier offenbar erst in der Mitte der Zeit sein wahres Gesicht als Raubtier zum Ausdruck bringt. Wir denken an die vier Tiere von Daniel 7, was Offenbarung 13 sehr deutlich aufgreift mit dem Tier. Griechisch Therion heißt so viel wie Raubtier. Das ist also der Antichrist erst in der Mitte der großen Trübsal sein wahres Gesicht als Raubtier, als Antichristus, als gegen Christus, gegen den Messias Jesus zeigt. Diese Position geht davon aus, dass die Entrückung mit Offenbarung 4, Vers 1 stattfindet und alles, was in Offenbarung 4 bis 19 beschrieben wird, wir beschäftigen uns damit in den Bibelarbeiten, in den Bibelstunden, bezieht sich demnach auf die Zeit nach der Entrückung, hat also mit uns gar nichts zu tun. Eine Zwischenbemerkung, Corona-Zeiten hat man mir geschrieben, wegen Impfung und Mahlzeichen des Tieres, so weiter und besonders diejenigen, die glaubten oder glauben, dass die Entrückung vorher stattfindet, vor der antichristlichen Zeit, meinten, dass die Corona-Impfung Mahlzeichen des Tieres sei. Also irgendwie passt das einfach nicht. Entweder sind wir jetzt schon in der antichristlichen Zeit oder es ist nicht der Fall. Die Begründung geschieht hier mit Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort vom Hahn auf mich bewahrt hast, das ist in den Sendschreiben, an die Gemeinde von Philadelphia, so sagt Jesus, werde ich auch dich aus der Stunde der Versuchung heraus bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Frage ist, was ist hier mit der Stunde der Versuchung gemeint? Wir gehen nachher noch darauf ein. Die Stunde der Versuchung wird hier verstanden als die Zeit des Antichristus. Die Frage ist, ist das die Stunde der Versuchung, ja oder nein? Ich möchte darauf noch eingehen. Dann die zweite Position, die Entrückung findet in der Mitte der großen Trübsal statt, wird unter anderem begründet mit Offenbarung 7, 14. Diese sind das, die aus der großen Trübsal oder Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie im Blut des Lames weiß gemacht. Ich sehe hier ein logisches Problem bei den Vertretern. Einer meiner Lehrer zum Beispiel ging davon aus und auf der einen Seite geht er davon aus, dass die Gläubigen in die Zeit des Antichristus hineinkommen, diese Verfolgungszeit. Auf der anderen Seite geht er aber davon aus, dass die Gemeinde in der Mitte entrückt wird und erst danach zeigt der Antichristus ja sein wahres Gesicht. Das heißt, man würde dann mehr eigentlich nur die angenehme Zeit des Antichristus erleben und nicht die wahre Raubtiernatur. Dann die dritte Position geht davon aus, dass Entrückung und sichtbare Wiederkunft Jesu zusammenfallen. Nochmals, es gibt nur einen Text im Neuen Testament, der die Entrückung ausdrücklich erwähnt. 1. Thessalonicher 4, 15, 16 und dort verwendet Paulus, man kann sagen, Fachbegriffe, die bekannt waren. Das Wort Parousia, Ankunft, bezeichnete die Ankunft eines Politikers, eines Königs, eines Fürsten, eines Herrschers. Und Paulus verwendet dann das Wort Begegnung. Wir werden ihm in der Luft entgegengehen zur Begegnung. Dieses Wort bezeichnete dann die Begegnung des Besuchers außerhalb der Stadt. Das heißt, derjenige, der den hohen Besuch empfangen sollte, der ging aus der Stadt hinaus, um ihn dort zu empfangen als Besucher. Und diese Sprache verwendet Paulus hier. Wir können also sagen, wenn Jesus Christus sichtbar wiederkommt, werden die Gläubigen ihm entgegengehen, in die Luft, um ihn als König zu empfangen. Ist doch schön. Was sagt die Bibel? Versucht es einfach darzustellen. Wir beschäftigen uns mit der Johannes-Offenbarung. Da stellt sich die Frage nach dem Ablauf der Ereignisse in der Johannes-Offenbarung. Und wir haben eine gewisse Andeutung, Offenbarung 1,19. Schreibe auf, erstens, was du gesehen hast, zweitens, was ist, und drittens, was nach diesem sein wird. Offenbarung 1 beschäftigt sich mit dem, was Johannes gesehen hat, nämlich Jesus. Johannes war ein Apostel, hat Jesus sogar angefasst, wie er im 1. Johannes einschreibt, hat ihn gesehen, erblickt, gefühlt, gespürt. Kapitel 2 und 3, da geht es um die sieben Sendschreiben, die damals vorhanden waren, in Kleinasien, und gewissermaßen werden damit symbolisch auch alle Gemeinden angesprochen. Und was nach diesem geschehen wird, darauf geht Offenbarung 4 weiter ein. Wir schauen uns das gleich an, der Ausdruck nach diesem oder nach diesen Dingen erscheint wiederholt in der Johannes-Offenbarung. Kapitel 4, Vers 1, da erscheint der Ausdruck zweimal. Einmal nach diesem sah ich, und Johannes sieht, was nach diesem geschehen soll. Knüpft dann 1,19 an. Also es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Dinge danach geschehen sollen. Der Ausdruck erinnert sehr stark an Daniel 7, im Zusammenhang mit den vier Tieren, als Hinweis auf die vier Weltreiche, wo wir zweimal lesen, nach diesem schaute ich, nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht. Also auch Johannes sah nach diesen Dingen, aber er sah auch, was nach diesen Dingen geschehen soll. Das heißt, wir haben hier eine gewisse zeitliche Ab, einen zeitlichen Ablauf der Ereignisse, einen chronologischen Ablauf der Ereignisse, wird damit angedeutet. Einen Hinweis auf die Entrückung finde ich in der Offenbarung 4, Vers 1, aber nicht. Johannes soll im Geist hinaufsteigen, wo Gott ihm zeigen will, was geschehen wird. Da gibt es sehr deutliche Parallelen zu Hesekiel, der im Geist von Gott entrückt wurde, einmal zwischen Himmel und Erde und dann nach Jerusalem. Er war in Babylon, wo Gott ihm gezeigt hat, was danach kommen wird. Die Offenbarung im 1. Kapitel 19 wird die Hochzeit des Lames angekündigt, nach denen, die meinen, dass mit 4.1 die Entrückung stattfindet. Die gehen davon aus, dass die Hochzeit des Lames ja schon sieben Jahre stattfindet, bevor Jesus sichtbar wiederkommt. Die Hochzeit des Lames wird allerdings in Offenbarung 19 erst vor der Wiederkunft Jesu angekündigt. Das heißt, sie geschieht demnach erst mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Wir haben in der Offenbarung dreimal sieben Gerichte. Wir sprechen den Bibelstunden darüber und wir haben auch wiederholt oder ich habe darauf hingewiesen, dass wir hier zuerst die Siegelgerichte haben. Das Lamm, das Lämmlein genau übersetzt, das ist Jesus Christus, ist würdig, die Siegel zu eröffnen. Er, der geschlachtet worden ist, der Löwe aus Judah. Das heißt, er eröffnet die ganze Endzeit. Sieben Siegel, die geöffnet werden, als Hinweis darauf, dass er die ganze Endzeitereignisse eröffnet. Nur er ist würdig. Und das hat er vor allem mit seinem ersten Kommen getan, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, durch die Himmelfahrt und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Damit hat die Endzeit begonnen, biblisch gesehen. Also wenn jemand euch fragt, glaubst du, dass wir in der Endzeit leben? Ich sage immer, natürlich. Und zwar seit 2000 Jahren. Das ist biblisch korrekt. Dass wir seit 2000 Jahren in der Endzeit leben. Sie wird sich sicher immer mehr zuspitzen, das ist ein anderes Thema, aber wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Und dann haben wir danach sieben Posaunengerichte, wobei wir in der Bibelstunde festgestellt haben, dass es durchaus möglich ist, dass ein Schofar hier im Hintergrund steckt. Die Propheten verwenden das Wort Schofar, Horn, also Widerhorn vor allem, 22 Mal in Bezug auf die Endzeit als Warnung. Also das Schofar ertönt als Warnung. Die sieben Posaunengerichte dienen vor allem zur Warnung, direkt vor der Wiederkunft Jesu. Und dann haben wir sieben Zornenschalengerichte, die danach folgen. Ich werde gleich zeigen, möchte es zeigen, dass das nach der Wiederkunft erfolgt. Das heißt, die Zornschalengerichte beziehen sich ausdrücklich auf die Zeit nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Hamagedon ist bekannt. Ist ein Ereignis nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Übrigens kleiner Hinweis, wir reden da noch darüber, Offenbarung 16, 16. Der Begriff Hamagedon, H heißt Berg, und Magedon, Megidon, diese Schreibweise erscheint ein einziges Mal im Alten Testament. Sonst immer Megidon. Wir kennen Megidon, wo Josia einstab, durch Pharao Necho von Ägypten. Und die einzige Stelle, die finden wir in Zacharia 12. Vers 10 lesen wir über die Wiederkunft Jesu. Sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. und nachher wird die Spalte von Megidon erscheint dort im Zusammenhang mit dem endzeitlichen Gericht Gottes. Paulus oder die Johannesoffenbarung spricht von der siebten Posaune und ich meine, es spricht sehr viel dafür, dass das die letzte Posaune ist, von der Paulus spricht. Und von der Posaune spielt überhaupt eine große Rolle im Neuen Testament im Zusammenhang mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu und im Zusammenhang mit der Verklärung der Gläubigen und im Zusammenhang mit der Entrückung. Also wie es scheint, sprechen all diese Stellen dafür, dass die siebte Posaune, das ist ja die letzte in der Offenbarung, auch die letzte Posaune ist, von der Paulus spricht. Er spricht nur einmal von der Entrückung bei der Posaune, aber er spricht im 1. Korinther 15, in 51, 52 davon, dass wir alle in einem Nu, in einem Atomo heißt es, Atom, heißt das, was nicht mehr geschnitten werden kann, die Zeit, die nicht mehr geschnitten werden kann, so klein, ist die Zeit, also kann nicht verkleinert werden, da werden wir verwandelt werden, bei der letzten Posaune. Und Jesus sagt in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, alle Menschen werden das Zeichen des Menschensohns am Himmel sehen, das Zeichen des Menschensohns ist der Menschensohn als Zeichen. Denn Jesus sagt gleich anschließend, sie werden den Menschensohn sehen, alle Menschen, und werden weinen und wehklagen, und dann wird er seine heiligen Engel aussenden, oder seine Engel aussenden, mit der Posaune, die Außerwelten zusammen. Geschieht also bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Wie erwähnt, die Zornschalengerichte beziehen sich offensichtlich auf die Zeit nach der Wiederkunft Jesu. In Offenbarung 14 lesen wir, dass das Lamm auf dem Berg Zion steht, mit den 144 Versiegelten. Wir sehen Offenbarung 7, dass sich das auf die 12.000 aus jedem der zwölf Stämme Israels bezieht. Also es sind 144.000. Ich meine, es spricht viel dafür, dass die gleichen sind. Das Lamm, also Jesus, der Löwe aus Judah, er ist schon wieder gekommen. Er steht auf dem Berg Zion. Nach seiner Wiederkunft und die Gläubigen, die Heiligen, singen ein neues Lied. Da lesen wir Offenbarung 15, mit den sieben Zornschalengerichte wird der Grimm Gottes vollendet. Es geht hier um das Gericht über das Antichristliche Reich nach der Wiederkunft Jesu. Und wir lesen schon in Offenbarung 14, 14, gefallen, gefallen ist die Hure Babylons. Offenbarung 17, 18 beschreiben dann rückwirkend, im Rückblick, was vor dem Fall der Hure Babylons geschah, wie sie sich verhalten hat. Aber schon in Offenbarung 14, 14 wird prophetisch angekündigt, gefallen ist die Hure Babylons. Und dann wird in Kapitel 15, 16 beschrieben, wie das geschieht. Hier haben wir eine kurze Übersicht über die Offenbarung. Es ist wichtig, dass wir sehen, es gibt aus meiner Sicht auf jeden Fall drei Exkurse in Kapitel 7, eine Vorschau auf die Zeit nach der Entrückung. Die Menge der Gläubigen steht schon vor dem Thron Gottes. Und dann haben wir in Offenbarung 12, 13 einen Rückblick auf die Zeit des Antichristus vor der Wiederkunft Jesu. Das Tier, wir haben es neulich gesehen, wird zum ersten Mal einfach plötzlich erwähnt in Offenbarung 11, Vers 7, aber nicht weiter erläutert. Erst mit Kapitel 13 wird dann weiter erläutert, was damit gemeint ist. Also rückblickend auf die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Und Offenbarung 17, 18 haben wir dann wieder einen Rückblick auf die Zeit vor dem Fall der Hude Babylons. Damit wird einfach die Welt beschrieben, die Gegengott ist. Babylon quasi als Gegner Gott ist. Noch zu Paulus. Im ersten Thessalonicher 4 wird die Entrückung angesprochen bei der Wiederkunft beim Schal der Posaune oder einfach bei der Posaune Gottes wörtlich, wenn Jesus vom Himmel herabkommt und die Toten auferstehen. 2. Thessalonicher 2 knüpft offensichtlich daran an, es gab einige Verwirrung aufgrund von einem falschen Brief, einem gefälschten Brief und Paulus sagt, lasst euch nicht verwehren, als sei der Tag des Herrn schon eingetreten. Tag des Herrn ist ist der Tag der Wiederkunft Jesu, ist der Tag des Gerichts über das antichristliche Reich, ist auch der Tag der Auferstehung der Gläubigen offensichtlich. Paulus sagt, dieser Tag wird nicht kommen, es sei denn, dass der große Abfall, die große Abweichung habe ich hier so mehr oder weniger wörtlich übersetzt, Apostasia. Einige versuchen dahinter die Entrückung der Gläubigen zu sehen, aber das geht schwer. Ich habe dem Begriff ziemlich nachgegangen, Apostasia heißt Abfall, Abweichung von Gott, von seinem Gesetz und so weiter. Also ist hier die Abweichung von Gott gemeint, der Mensch der Gottlosigkeit, der sich selbst in den Tempel Gottes setzen wird und behaupten wird, er sei Gott. diese Zeit wird hier beschrieben. Das heißt, Paulus sagt hier, die Ankunft des Herrn und unsere Vereinigung mit ihm bei der Entrückung wird nicht vorher geschehen. Wir werden also erst nachher entrückt und vereinigt werden mit dem Herrn. Auf Matthäus 24, 30, 31 hatte ich schon verwiesen, im 1. Korinther 15, 23 verwendet Paulus den Begriff Parousia, Ankunft. Das ist die einzige Stelle in den Paulusbriefen, wo Paulus den Begriff wendet, außerhalb der zwei Thessalonicher Briefe im Sinn von Wiederkunft Jesu als Fachbegriff. Sonst bezeichnet der Begriff die Anwesenheit des Paulus oder so ähnlich. Aber hier haben wir eine Stelle, wo von der Ankunft des Herrn die Rede ist. Es geht hier um die Reihenfolge der Totenauferstehung zuerst Christus als Erstlingsfrucht. Und zwar, wir haben das letzten Sonntag von Michael gehört, bei der Erstlingsfrucht der Gerstenernte, am 16. Nisan war das an diesem, als Jesus auferstanden ist, das war der Tag der Erstlingsfrucht der Gerstenernte. Jesus ist als Erstlingsfrucht auferstanden. Auch als Garantie, dass alle Gläubigen, die mit Jesus leben, ebenfalls wie Jesus auferstehen werden. Und dann kommt das Ende. Also bei seiner Ankunft werden wir auferstehen, die Gläubigen, und dann kommt das Ende. Die Frage ist, kommt das Ende gleich oder erst nach den Tausend Jahren. Das ist jetzt nicht das Thema. Ich spreche sicher später nochmals darüber. So Gott will. Aus der Stunde der Versuchung will Gott die Gläubigen von Philadelphia bewahren. Und die Frage ist, bezieht sich das auf alle Gemeinden, auch auf uns? Sicher will er auch uns bewahren. Was ist damit gemeint? Der gleiche Ausdruck erscheint Johannes 17 Vers 15, wenn Jesus den Vater bittet für die Gläubigen, dass Gott sie nicht aus der Welt heraus nimmt, sondern sie aus dem Bösen heraus bewahrt. Das ist hier die Bitte. Wäre uns natürlich lieber, wenn wir einfach vorher entrückt, also ich sage mir wäre es viel lieber, wenn ich vor dem Antichristus entrückt werde, wenn Gott das so gemeint hat, von Herzen gerne, aber ich sehe keine Bibelstelle, die das verheißen hat. Das ist mein Problem, also Problem, Anführungszeichen. Ich sehe aber, dass Gott verheißen hat, dass uns bewahren wird. Und zwar wie? Und gerade in Offenbarung 4 bis 19, da wird wiederholt darauf hingewiesen, erstens, dass Gott bewahrt, und zweitens, das Ausharren wird betont, und wer wird bewahrt werden? Derjenige, der das Blut Jesu hat, wer durch Jesus gereinigt worden ist, durch sein Blutvergebung, der Sünden empfangen hat, wer das Zeugnis Jesu hat, und das Wort Gott ist. Die werden bewahrt. Es ist umso wichtiger, egal welche Position wir vertreten, dass wir das Fundament im Wort Gottes haben und hoffentlich ein nüchternes Fundament. Wir haben unlängst auch in einer Predigt von Ueli, darauf wurden wir darauf hingewiesen, dass wir nüchtern sein sollen. nüchtern. Das heißt, die Bibel weist wiederholt darauf hin. Ich habe hier einige Stellen aus den Paulusbriefen und Johannes, die von der Ankunft Jesu sprechen und das immer im Zusammenhang mit den Gläubigen. Das heißt, die Ankunft Jesu, die Wiederkunft bezieht sich hier auf den Zeitpunkt, wann die Gläubigen auferstehen oder verwandelt werden. Das fällt zusammen. Und auch der Tag des Herrn wird in diesem Tag erwähnt oder in Philippa 3, Vers 20, 21, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland, als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird in die Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Wann? Wenn Jesus vom Himmel herab kommt. Wie Paulus das im 1. Thessalonicher 4 sagt. Wenn Jesus von Himmel herab kommt, das ist der Tag des Herrn, das ist die Ankunft Jesu, dann wird das geschehen. Daraus ziehe ich die Schlussfolgerung, besonders auf 2. Thessalonicher 2, eins weiter, die Entrückung wird nicht vor der großen Trübsal sein, Entrückung und Wiederkunft Jesu fallen zusammen. zu beachten, wenn im Neuen Testament davon die Rede ist, dass er kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, dann ist nicht gemeint, dass Jesus für die Gläubigen wie ein Dieb kommt. Die erwarten ihn ja, sondern er kommt wie ein Dieb für die Ungläubigen. Die sagen, Friede und Sicherheit. 1. Thessalonicher 5, dann wird sie das Unheil überfallen. Wenn sie sich also in Frieden und Sicherheit irgendwie meinen zu finden, für sie kommt der Herr wie ein Dieb, nicht für uns. Nochmals zur Stunde der Versuchung, ich habe hier rot markiert, ähnliche Ausdrücke, Jesus wird uns vor dem kommenden Zorn erretten, das heißt bei der Wiederkunft Jesu über den Zorn oder den vom Zorn, der über das antichristliche Reich kommt. 1. 2. Petrus 2, 9. Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber auf den Tag des Gerichts aufzubewahren, wenn sie bestraft werden. Versuchung bezieht sich also hier, meine ich, wie in Offenbarung 3, Vers 10, auf das endzeitliche Gericht Gottes über die gottwidrige Welt. Und dann haben wir noch einen ähnlichen Ausdruck in Offenbarung 4, Vers 7, und er sprach mit lauter Stimme, fürchte Gott und geb ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Die Stunde der Versuchung, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Gefallen, gefallen ist die Hure Babylon. Vers 14, Vers 14, einen gewissen Hinweis haben wir schon in Jesaja 26 und 27, 26, ab Vers 19, deine Toten werden lebendig, meine Leichen werden auferstehen, dann geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Zimmer und schließ deine Türen hinter dir zu, verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorüber geht. Und verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorüber geht. Es geht hier um die Auferstehung der Gläubigen. Und Kapitel 27, Vers 1, lesen wir dann, an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, heimsuchen und wird den Drachen erschlagen, der mehr ist. Statt Drache steht meistens in Übersetzungen Ungeheuer oder Meeresungeheuer. Das hebräische Wort bezeichnet den Drachen, griechisch Drache oder Python, ist eine Art Schlangenwesen. Die pythische Schlange kann man sagen, von Delphi zum Beispiel. Und Offenbarung 20 knüpft sehr deutlich daran an. Das heißt, das geschieht bei der Wiederkunft Jesu, wenn Satan gebunden wird für tausend Jahre. Und dann gibt es echten Frieden. Heute geht er noch umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das haben wir auch vor ein paar Wochen gehört. Die frühe Kirche sah das offensichtlich genauso, wird immer wieder mal behauptet, die frühe Kirche sei nicht von der Wiederkunft Jesu vor dem tausendjährigen Reich ausgegangen. Das ist eindeutig falsch. Ich kenne keinen Kirchenvater im zweiten Jahrhundert, der eine andere Sicht gehabt hätte. Papias, der Schüler von Johannes, also wohlgemerkt, Papias war ein Schüler vom Apostel Johannes und dann Bischof oder Gemeindeleiter von Hierapolis. Er war überzeugt, Jesus kommt wieder, dann gibt es tausend Jahre Frieden auf Erden. Irenaeus, der nicht nur Papias noch getroffen hat, sondern vor allem auch Polycarp und andere Johannesschüler, der schreibt ausführlicher über den Antichristus und geht offensichtlich davon aus, dass die Gläubigen diese Zeit erleben werden, die Zeit des Antichristus, dass Jesus aber erst wiederkommt und dann gibt es tausend Jahre Frieden auf Erden. Das ist allgemein die Sicht der Kirchenväter im zweiten Jahrhundert, erst gegen Ende des dritten Jahrhunderts. Fing man an, das anders zu sehen und dann wurde das römische Reich so genannt christlich und dann wollte man das gerne so sehen, wir leben heute im tausendjährigen Reich. Schön wäre es. Ja, mit Kriegen und so weiter stellt man sich anders vor. Stellt man sich anders vor. Zusammenfassend, es gibt demnach keine zwei Ankünfte des Herrn, wie der Konfjese und Entrückung der Gemeinde fallen offensichtlich zusammen. Ich finde keine einzige Bibelstelle, die etwas anderes zum Ausdruck bringt und dann haben wir den Hinweis, und das gilt immer zu jeder Zeit in der Kirchengeschichte, Lasst euch nicht verführen, seid nüchtern. Aber gleichzeitig haben wir die Verheißung, der Herr wird uns bewahren. Wir dürfen ihm vertrauen. Entscheidend ist, wie gesagt, dass wir mit Jesus leben, jetzt und heute. Dass wir ihm vertrauen, dass er uns alle Sünden vergeben hat. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Stellt euch mal vor. Sie werden Gott schauen, die reinen Herzen sind. Und wie erreichen wir ein reines Herz? Ganz einfach. Jesus hat alles getan. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Er hat seinen Heiligen Geist gesandt. Er vergibt uns jede Schuld. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, 9 Auf der anderen Seite sollen wir ausharren. Ausharren heißt wörtlich im Griechischen darunter bleiben. Das heißt, wir haben den Schild des Glaubens, unter dem wir kämpfen. Und das ist der Glaube, das ist Jesus Christus, der den Sieg ja schon längst errungen hat. Das heißt, ich muss den Sieg nicht erringen. Er ist errungen durch Jesus Christus. Ich darf ihn einfach im Glauben immer wieder annehmen, mich unter das Blut Jesu stellen. Dann bin ich geschützt. Unter das Wort Gottes und unter das Blut Jesu. Dann bin ich geschützt. Und wichtig ist auch schon, was wir in der Einleitung zur Offenbarung lesen. 1. 17, 18 Ich, Johannes, sah, als ich das sah, als er sieht Jesus in seiner Göttlichkeit, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, damit ist er Gott gleich. Jesus ist Gott gleich. Der Erste und der Letzte. Ein Ausdruck, der wiederholt bei Jesaja erscheint in Bezug auf Gott. Und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wer die Schlüssel hat, hat die Vollmacht. Jesus hat den Tod besiegt und darum hat er die Vollmacht über den Tod und kann uns dem Tod entreißen und auf die Seite des Lebens stellen. Jesus ist auferstanden, so lesen wir es hier aus seinem Mund selbst. Hat Johannes das gehört? Und ich bin überzeugt, die Auferstehung Jesu ist so sicher, die leibliche Auferstehung Jesu ist so sicher, wie du und ich heute hier sind. Es gibt keinen Grund, das nicht zu glauben. Wir haben so gute Zeugnisse. Das Grab war leer, aber das allein hat sie nicht überzeugt, die Jünger. Und dann berichten sie von Frauen, die überhaupt keine Zeugenkraft hatten im Judentum. Dass die zuerst Jesus gesehen haben, das spricht sehr, sehr stark für die Glaubwürdigkeit. Und dann sagt Paulus, 500 Geschwister haben ihn auf einmal gesehen. Also alle gleichzeitig und die meisten leben noch. Wir können sie befragen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, werden wir auch nicht auferstehen. Nun ist aber Jesus tatsächlich auferstanden. 1. Korinther 15 Und auch wir werden mit ihm auferstehen, wenn wir hier mit ihm leben. Und das ist eben dann, komme ich auch zum Schluss, wirklich zum Schluss. Wichtig ist, dass wir mit Jesus leben. Und Jesus sagt, wirkt, bis ich komme. Also solange er noch nicht gekommen ist, haben wir den Auftrag, zu wirken. Und was kann Schöndes geben hier auf Erden, als für ihn und mit ihm zu wirken. Lasst uns bieten. Herr Jesus, wie wunderbar bist du, der Schöpfer aller Dinge, der gestorben ist, der auferstanden ist, der wiederkommen wird. Und was für ein Vorrecht ist es für uns, dich zu kennen, mit dir zu leben, dir zu vertrauen, auf dich zu warten und dir zu dienen, bis du wiederkommst. Stärke uns darin, bewahre uns vor der Sünde. Schenke Kraft, dass wir immer wieder gereinigt werden durch dein Blut und auch geheiligt werden. Dir ähnlicher. Amen.